Entschuldigung, das ist murks pur. Ihr werdet niemandem damit dienen, an letzter Stelle dem Klima, sondern nur Vermögen vernichten, Eigentum vernichten. Können Sie verstehen, dass die Leute sagen, die Politik entkoppelt sich immer mehr von unserem Alltag? Ja. Wenn Sie mit Rentnerinnen reden, die noch keine 80 sind und die sich überlegen, dass sie jetzt ins Heim gehen, weil sie eine Sanierung ihres Hauses nicht finanzieren können. Willkommen zu Schülerfragen, was ist? Mein heutiger Gast nennt sich Herzblutmittelständlerin und Bauerntochter. Gitta Connemann ist heute mein Gast, die Chefin der Mittelstandsunion der Union und ich freue mich auf das Gespräch. Eines kann ich Ihnen zu Anfang versprechen, wir werden das Gespräch komplett senden. Sie wissen, worauf ich anspiele. Ich kann es mir vorstellen vor dem Hintergrund eines Interviews, das ich vor kurzem gegeben habe und das dann nicht ganz voll umfänglich im Netz zu finden war. Sie sind bei Phoenix interviewt worden und interessanterweise war auf der Webseite, waren mehrere Minuten rausgeschnitten. Auf einer Webseite gibt es kein Sendeschema, was dagegen spricht, dass man irgendwas nicht mehr senden kann. Was war der Grund dafür? Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich ein technisches Versehen war, denn es gab eine Version, die in voller Länge zu sehen war. Wir haben selbst daraus Schnipsel hergestellt. Allerdings war es dann bedauerlich, dass das technische Versehen sich gerade zeigte bei einer besonders kritischen Stelle im Hinblick auf das Bundeswirtschaftsministerium. Sie haben da über Habeck hergezogen. Sie haben gesagt, das ist die dümmste Energiepolitik weltweit, was er da gerade macht. Und das, meinen Sie, war tatsächlich ein technischer Zufall? Naja, vielleicht war meine Wortwahl zu drastisch für, wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es so, dass ich auch nicht gesagt habe, die dümmste Energiepolitik, sondern es gehört zu den dümmsten Energiepolitiken der Welt. Ah, also ist in der Spitzengruppe mit drin. Das wird der Habeck auf jeden Fall freuen. In diesem Kontext habe ich übrigens auch von Bananenministerium gesprochen. Das stimmt auch sehr schön. Lassen Sie uns mal einen größeren Blick auf die Wirtschaftslage in Deutschland werfen. Wie wird Deutschland am Ende dieser Legislaturperiode dastehen und die deutsche Wirtschaft? Es kommt darauf an. Das ist eine Antwort, die Sie von Juristen gewohnt sind. Ich bin ja auch eine. Aber es kommt tatsächlich darauf an, ob die Ampel die Weichen neu stellt oder ob sie weitermacht wie bisher. Wenn sie weitermacht wie bisher, dann werden wir erhebliche Verwerfungen sehen. Nicht mehr nur spüren, sondern sehen. Wir haben laut aktueller Zahlen auch des Statistischen Bundesamtes, und das steht ja nun nicht im Geruch, irgendwie von der Union besetzt zu sein, ganz klar den wirklich Abbruch von Industrie in Deutschland. Wir hören die Schlagzeilen, dass die Großen gehen. Aber das, was mich mehr umtreibt, ist die Tatsache, dass die Kleinen und die Mittleren auf gepackten Koffern sitzen, sofern sie es können, und ein Großteil einfach überlegt, wie kann ich aus dem Betrieb rausgehen. Und von daher, ich hoffe, dass die Ampel zu Verstand kommt, ihre Politik überlegt und endlich das tut, was erforderlich ist, nämlich die Weichen so zu stellen, dass Mittelstand in Deutschland noch eine Chance hat. Sonst fürchte ich tatsächlich um den Standort Deutschland. Sie sagen, der Mittelstand sitzt auf gepackten Koffern, wo es geht. Was würde das konkret bedeuten? Welche Branchen haben Sie da speziell im Blick? Insbesondere die energieintensiven Betriebe müssen überlegen, Deutschland zu verlassen. Denn der Strompreis ist in Deutschland ein Vielfaches höher als in Ländern wie Nordamerika, China, Indien etc. pp., auch einigen südosteuropäischen Ländern. Und die Sicherheit der Versorgung mit Energie ist nicht gewährleistet. Ich habe vor kurzem mit einem Glashersteller gesprochen, der sagte, eigentlich haben wir Verhältnisse wie in einem Dritte-Welt-Land. Ich habe inzwischen Container angemietet, die ich mit Propangas fülle für den Fall der Fälle. Und im Übrigen einen Speicher angemietet, LKWs gekauft. Denn wenn meine Produktion abbricht, dann ist diese verloren. Das heißt, ich muss gegebenenfalls dunkelflauten überstehen. Und das tue ich dann mit Propanglas. Das heißt Campinggas. Und das ist der Zustand bei uns für energieintensive Betriebe. Und in dieser Kombination aus nicht gesicherter Versorgung in Verbindung mit nicht mehr Bezahlbarkeit sagen inzwischen neun von zehn Zulieferern im Bereich der Automobilindustrie, wir sind in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Und jetzt reden wir nicht über Audi oder VW oder BMW, die schon längst ihre Firmen bauen in den USA oder Brasilien oder Indien oder wie auch immer. Sondern wir reden hier über die Betriebe, die auch mal 100, mal 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die vielleicht hier eine Kupplung herstellen oder da einen Tank, insofern wir noch Tanks brauchen, und die sich überlegen müssen, kann ich hier noch bleiben? Und das sind keine Angstszenarien. Das ist auch nicht irgendwie ein Geschwätz einer Oppositionellen, die sich mit der Rolle nicht abfinden kann, sondern das sind die Rückmeldungen von den Betrieben. Würden Sie eine Arbeitsplatzprognose wagen, wie viele Jobs kostet Habecks Wirtschaftspolitik? Eine Arbeitsplatzprognose derzeit wäre unseriös, denn aktuell wird jeder freigesetzte Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, ja aufgefangen durch den Arbeitsmarkt. Das ist ja ein weiteres Problem für viele Betriebe der Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Das heißt, wenn beispielsweise Ford in Köln sagt, infolge des Verbrennerstopps habe ich keine Zukunft mehr mit dieser Technologie in Deutschland und in Europa und über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwann gehen müssen, werden diese aufgenommen derzeit noch vom Arbeitsmarkt. Das heißt, die Verwerfungen im Mittelstand, in der Industrie zeichnen sich zurzeit noch nicht am Arbeitsmarkt ab. Und das ist das Gefährliche, weil jeder sagt, oh, kommt schon nicht so schlimm. Bleiben wir mal beim Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Wir sehen hier gerade Habeck mit seinem Staatssekretär Patrick Greichen, früher Agora Energiewende. Sie wollten einen Untersuchungsausschuss zur Vetternwirtschaft im Ministerium. Ist die Vetternwirtschaft das größere Problem oder die Politik, das das Ministerium macht? Beides. Sie haben zum einen eine Personalpolitik, wie ich sie in der Form noch nicht erlebt habe. Das ist ja nicht nur die Trauzeugen-Affäre, dass also ein Staatssekretär seinen Trauzeugen zum Chef einer Staatsagentur machen will. Und das übrigens gegen 17 Bewerber und ohne mitzuteilen, dass er der Trauzeuge ist. Sondern das fängt schon bei der Besetzung von Posten an, die normalerweise nicht politisch besetzt werden. Wir wissen, Abteilungsleiter werden politisch besetzt, Staatssekretäre. Aber Referatsleiter werden nicht politisch besetzt. Da gibt es eigentlich eine gute alte Beamtentradition, dass man eine bestimmte Qualifikation mitbringen muss. Und dann kannst du dich auf den Posten bewerben, in oder extern. Und Robert Habeck und sein Haus sind dazu übergegangen, Referatsleiter Posten politisch zu besetzen, ohne Ausschreibung oder umzusetzen. Und zwar in einem Umfang, den es so in der Form nicht gegeben hat. Und das ist schon ein einmaliger Vorgang, ebenso wie die Tatsache, dass jetzt sich herausgestellt hat, dass Herr Greichen versucht hat, tatsächlich per Ordre de Mufti von der DENA, also der Deutschen Energieagentur, Personal abzufordern, immerhin 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und zwar ohne Beteiligung des Haushaltsausschusses. Auch das ist in der Form ein ungeahnter Sachverhalt. Und jetzt brauche ich nicht darüber zu reden, dass es merkwürdig ist, wenn die Schwester im Wasserstoffrat den Bruder berät. Und jetzt inzwischen sich heute herausgestellt hat, dass der andere Bruder den Bruder auch berät. Und von den ganzen Mitteln, die dann in die ehemalige Arbeitgeberin des Staatssekretärs fließen, Agora Energiewende, in die Firma seines engsten Mitarbeiters oder frühere Firma seines engsten Mitarbeiters oder in das Öko-Institut und, und, und. Also ehrlicherweise habe ich das in dieser Form, in dieser personellen Verflechtung noch nicht erlebt. Und das führt natürlich dazu, dass Sie politisch hinterfragen müssen, was ist eigentlich mit Projekten wie der sogenannten Wärme- und Energiewende? Geht es wirklich ums Klima oder geht es um ein Gemeinschaftsprojekt von Familie, Freunden und ausländischen Lobbyisten, die ja auch noch in diesem ganzen Geflecht von NGOs herumtouren und sich durch Spenden beteiligen? Das Interessante an dem Vorgang ist ja im Grunde genommen die schmerzfreie Dreistigkeit, mit der das Ganze passiert. Und die öffentliche Reaktion, auch der Opposition zum Teil, ist eigentlich offensichtlich aus einer gewissen Fassungslosigkeit heraus fast schon wieder amüsiert. Da ist dann vom Familienministerium die Rede oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also es ist halt so leicht comedyhafte Züge angenommen, dass dort, was vermuten Sie eigentlich dahinter, hinter dieser Strategie auch des Besetzens von Posten, soll das Ministerium dauerhaft mit grüner Kader durchsetzt werden? Das ist genau wie Sie sagen. Es geht um Strategie. Das heißt, ich wundere mich sehr über die Einlassung auch von führenden Grünen aktuell, die immer von dem Fehler eines Staatssekretärs sprechen. Nein, es geht nicht um den Fehler eines Staatssekretärs, sondern es geht um eine Methode, um eine Aneinanderreihung von Grenzüberschreitungen, die immer wieder bewusst gemacht werden. Und dann guckt man sich um, wer sagt wohl was, auch es sagt keiner was. Dann machen wir weiter. Am Ende geht es um eine Strategie, nämlich ein neues Ministerium zu schaffen mit einer neuen Denke. Und das tut mir wirklich auch manchmal persönlich leid vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es im Wirtschaftsministerium, egal übrigens welchem Parteibuch sie angehören, herausragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die über viele Jahre hinweg versucht haben, das Beste für das Land zu geben und die sich jetzt konfrontiert damit sehen, nur noch Fragen zu beantworten, die mit grünen Filz, mit Vetternwirtschaft zu tun haben. Es ist gut, dass diese Fragen gestellt werden, aber am Ende leidet darunter ja die eigentliche Arbeit des Ministeriums. Und darunter leidet wiederum der Mittelstand. Der Mittelstand muss wissen, wo kann er jetzt investieren, wie kann er investieren, wie wird er begleitet. Und er hört keine Antworten und das heißt, das Wirtschaftsministerium wird seiner Aufgabe nicht gerecht und das offenkundig wegen einer Transformation in grüne Politik. Ist die Union angesichts dieser Vorgänge eigentlich vernehmbar genug, lautstark genug, kraftvoll genug als Oppositionspartei? Ich bin Union, Gitta Connemann, Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU Deutschlands in Verbindung mit der CSU. Und ich glaube, wir sind sehr laut, sehr deutlich und sehr klar. Dann gucken wir uns mal die Details an. Beim sogenannten Heizungshammer-Gebäude-Energie-Gesetz heißt das ganz konkret, da hat Robert Habeck auf die eigentlich sonst zum Gesetzgebungsverfahren gehörende Verbändeanhörung ganz offensichtlich verzichtet. Also externe Expertise betrachtet man offensichtlich als eine Art Quertreiberei oder wie erklären Sie sich den Vorgang? Auch das hat Methode, denn es ist nicht das erste Gesetz. Wo Verbände faktisch nicht beteiligt werden. Also Verbändeanhörungen haben eine lange Geschichte in Deutschland. Jetzt gibt es manchmal Gesetzgebungsvorhaben, wo alles sehr schnell sein muss. Wir haben das bei Corona erlebt. Wenn ich allerdings etwas wie eine Gasumlage habe, eine Gas- und Strompreisbremse, die sich über Monate hinweg abzeichnet, wäre es, glaube ich, gut, Verbände, die ja immerhin Betriebe, Betroffene, Bürgerinnen und Bürger vertreten, auch einzubinden. Und beim Thema Gas- und Strompreisbremse fand ich es faszinierend, ein Gesetzpaket aus zwei Gesetzen, Hunderte von Seiten, morgens den Verbänden zu schicken, so gegen 6 und 8 Uhr, und zu sagen, bis nachmittags habt ihr es uns kommentiert, zurückzugeben. Und das ist natürlich die Aushebelung der Verbändeanhörung, beziehungsweise man kann es auch noch anders machen, wie jetzt beim Gebäudeenergiegesetz, wo die Verbände in Toto vom Bundesverband der Verbraucherzentralen bis zum Zentralverband des Deutschen Handwerks sagen, Entschuldigung, das ist murkst pur, ihr werdet niemandem damit dienen, an letzter Stelle dem Klima, sondern nur Vermögen vernichten, Eigentum vernichten und die Akzeptanz übrigens auch für Wärmewende und Klimaschutz. Und dass diese Kritik, die sich auf Hunderten von Seiten tatsächlich findet und jeder kann einen relevanten Punkt beibringen, dass die einfach zur Seite gewischt wird. Also dem Grunde nach finde ich bemerkenswert, dass eine Partei, die immer nach Bürgerräten, Bürgerbeteiligung etc. pp. ruft, genau den Bürgerinnen und Bürgern in Form von Verbänden, von Fachleuten deutlich macht, euch wollen wir ganz sicher nicht hören. Ist das autoritäres Durchregieren oder ist es eine Angst, dass da zu viele Einwände geäußert werden, damit man die hehren Klimaziele nicht erreicht? Es kommt auf die Person an. Bei Herrn Greichen ist es sicherlich autoritäres Durchregieren. Er hat ja seine Familie, das reicht ja, wenn die ihn berät. Was braucht der andere? Und er schaltet und waltet offenkundig in dem Haus, wie es ihm gefällt. Und der Minister schaut zu, weiß es oder weiß es nicht, kann es auch nicht mehr sagen. Und dann gibt es diejenigen, die tatsächlich ideologisch so angefeuert sind, dass sie die Wahrheit oder die Realität ausblenden. Und dieser Heizungshammer ist ja das beste, schlechteste Beispiel. Dieses Gesetz ist in der vorliegenden Form faktisch unmöglich umzusetzen. Sie haben keine Wärmepumpen, sie haben keine Installateure, sie haben keinen Strom, um diese Wärmepumpen zu betreiben. Und sie haben im Grunde nach in der Bevölkerung kaum Menschen, die es finanziell stemmen können. Und ich würde tatsächlich diesen Ideologen empfehlen, sie faktisch bitten, sich doch mit den Betroffenen mal auseinanderzusetzen. Wenn sie mit Rentnerinnen reden, die noch keine 80 sind und die sich überlegen, dass sie jetzt ins Heim gehen, weil sie eine Sanierung ihres Hauses nicht finanzieren können, dann treibt mich das ebenso um wie die Tatsache, dass die Verkäuferin bei uns im Lebensmitteleinzelhandel sagt, ich werde mir niemals den Traum von einem Haus erfüllen können auf dem Land. Und das gilt ebenso für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hier in der Stadt leben. Und das ist dem Grunde nach auch eine Zerstörung des Aufstiegsversprechens, auf dem unser Land immer beruht hat. Ein anderes Projekt von Robert Habeck ist gerade in der Diskussion. Ich glaube, wir sehen hier das AKW-Emsland, das liegt bei Ihnen im Wahlkreis. Die Ampel hat die Atommeiler abgeschaltet und möchte jetzt bei dem hohen Industriestrom einfach auf sechs Cent runter subventionieren. Gute Idee? Sie haben mich vorhin ja schon mal zitiert. Ich glaube, dass diese Energiepolitik zu den dümmsten der Welt gehört. Und das wiederhole ich an dieser Stelle gerne. Und das Thema der Kernenergie ist so ein trauriges Beispiel. Also grundlastfähig, klimaneutral, dem Grunde nach die Investitionskosten sind bezahlt. Und dann wird diese Energie abgestellt, um dann dafür Kohle zu vergasen. Das Klima lässt danken, Portemonnaies lassen nicht danken. Das heißt, im Grunde nach wird hier aus reiner Ideologie heraus eine grundlastfähige Energie abgestellt. Teure andere Energie und dreckige andere Energie wird entsprechend hochgefahren. Oder es wird Atomstrom aus dem Ausland importiert. Unehrlich bis zum geht nicht mehr. Und das Problem ist, das Angebot wird damit minimiert. Damit wird Strom teurer. Und jetzt soll für eine verfehlte Energiepolitik mit einer weiteren staatlichen Intervention dem Grunde nach die schlimmsten Dinge abgefedert werden. Ich würde der Ampel dringend empfehlen, Fehler zu korrigieren, das Energieangebot wieder auszuweiten. Diese Chance besteht immer noch, was unsere Kernkraftwerke angeht. Und im Übrigen dafür zu sorgen, dass Energie eingespart werden kann. Aber klug, und das geht nicht durch Verpote per Ordre de Mufti, sondern tatsächlich, indem man Hilfen zur Sanierung bereitstellt. Und jeden Tag diffundieren durch Gebäudehüllen in Deutschland Kilowattstunden nach oben. Und wenn man den Menschen helfen würde, zu sanieren, wäre das der bessere Weg. Wir hatten solche Möglichkeiten durch Förderung der KfW. Die sind aber dann im Januar 2022 ersatzlos gekappt worden. Mit der Folge, dass die Bauwirtschaft jetzt auch am Boden liegt. Nun war das jetzt eine sehr politische Antwort. Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie das sehen, dass das Kraftwerk abgeschaltet ist? Die Grünen sagen ja, gibt da noch Strom. Ihr immer mit euren Dunkelflauten und so, ihr macht immer nur Panik. Läuft. Also ehrlicherweise schwanke ich dazwischen Wut, Frustration und ehrlicherweise auch Sorge. Die Wut ist, dass eine Partei, die für sich in Anspruch nimmt, jetzt diesen Staat tragen zu wollen, jegliche Naturwissenschaft ignoriert. Denn ehrlicherweise, Solarstrom gibt es halt nur, wenn die Sonne scheint. Und Windstrom gibt es nur, wenn der Wind weht. Und wir glauben alle an die erneuerbaren Energien. Das ist die Zukunft. Aber sie ist zurzeit nicht belastbar. Also brauchen wir belastbare Energiequellen. Und jetzt weiß ich nicht, wie Ricarda Lang oder Katrin Göring-Eckardt oder Jürgen Trittin oder auch Robert Habeck dafür sorgen wollen, dass dann nachts auf einmal diese gesamten Naturgesetze nicht mehr gelten. Also auf diese Wunder warte ich noch. Aber es ist so bitter, weil am Ende davon abhängt, die Versorgung tatsächlich unseres Landes mit Energie. Und im Übrigen ist ein Anschlag auf das Klima ist. Denn wenn wir eine grundlastfähige Energie jetzt haben, geht es nur durch die Vergasung von Kohlestrom. Das belastet das Klima. Und das heißt, dieses Wirtschaftsministerium, das sich ja BMWK nennt, kann zukünftig sich nennen Bundesministerium für Wirtschaft und Kohle. Interessanter Ansatz. Wenn man sich mal anguckt, Verbrenner aus, neue Heizungen, mehr gedämmte Häuser. Es gibt in der Planung ein Werbeverbot für Süßigkeiten. Und der Landwirtschaftsminister möchte auch gerne die Ernährungswende, wie auch immer die aussehen soll. Aber es müsste ja irgendwas bei uns auf dem Teller passieren. Für wen macht diese Regierung eigentlich Politik? Diese Frage lässt sich im Hinblick auf Grüne und FDP deutlich beantworten für ihre jeweiligen Klientels. Das sind nur kleine Gruppen. Für wen die SPD aktuell noch Politik macht, kann ich ihn nicht beantworten. Die SPD hatte ja mal den Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Gerade auch die Interessen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vertreten zu wollen. Nur ich kann es nicht mehr erkennen, wer Menschen zumutet, jetzt dem Grunde nach bestimmte Heizungen nicht mehr einbauen zu dürfen, dafür sanieren zu müssen, ohne dem Grunde nach dafür eine Liquidität zu haben. Ich verstehe die SPD tatsächlich gar nicht mehr. Und die Grüne macht knallharte Klientelpolitik. Denn wer wählt die Grünen? Also bei uns in meinem Wahlkreis werden die Menschen, die zum Beispiel durch Wolfsangriffe ihre Herden bedroht sehen, die Grünen nicht wählen. Bei uns werden auch diejenigen, die auf einen preiswerten Diesel angewiesen sind, die Grünen nicht wählen. Bei uns werden auch diejenigen, die ein kleines Häuschen haben, das in den 70er Jahren gebaut haben, die Grünen nicht wählen. Sie werden offenkundig gewählt von einer bestimmten Gruppierung, die häufig vielleicht hier auch in Berlin beheimatet ist. Und die sich wenden, welcher Art auch wünschen. Ich würde mir wünschen, dass man, bevor man über Wenden spricht und Wenden verordnet und alles andere verbietet, sich informiert. Und das betrifft insbesondere das Thema Ernährung. Wer dafür sorgt, dass die Landwirtschaft in Deutschland aus dem Land vertrieben wird, der wird dafür sorgen, dass Ernährung aus anderen Ländern importiert wird, wo die Standards wesentlich niedriger sind. Und wem damit gedient soll, weiß ich nicht. Dann ist es ein gutes Gewissen, aber unter Ausblendung der Realität. Zur Landwirtschaft kommen wir gleich nochmal. Ich frage auch deshalb, für wen die Regierung Politik macht, weil es ja den Anschein zumindest mitunter hat, dass es der Bürger nicht sein kann, weil der wird ja in vielerlei Hinsicht eher erzogen. Also eine Mehrheit der Menschen in Deutschland trennt, spricht sich gegen Migration aus und eine Zunahme von Migration. Die Bundesregierung möchte eigentlich Migration auf allen Ebenen erleichtern, müsste schneller einbürgern etc. Beim Wahlrecht wird ausgerechnet das Direktmandat geschwächt, also das Mandat, was am nächsten bei den Leuten ist. Darum fragt man sich also so ein bisschen, ist der Bürger eigentlich der Feind der Regierung? Ich würde nicht sagen, dass der Bürger oder die Bürgerin der Feind oder die Feindin der Ampel ist. Aber man kann den Eindruck gewinnen, dass Bürgerinnen und Bürger lästig sind, hat man manchmal den Eindruck. Das Volk stört beim Regieren. Man könnte den Eindruck gewinnen, jedenfalls diese große Menge an Leistungs- und Verantwortungsträgern, die in diesem Land es ja noch gibt. Ich bin jeden Tag natürlich mit Problemen konfrontiert. Aber das, was ich auch sehe, ist, dass wir in diesem Land nach wie vor 60, 70 Prozent der Menschen haben, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In den Betrieben übrigens als Unternehmer, Unternehmerin oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. In den Familien, die nach wie vor der größte Pflegedienst in Deutschland sind. Im Ehrenamt, 34 Millionen Menschen, die nicht fragen, was der Staat für sie tun kann, sondern was sie selbst leisten können. Und die nur eines sind, sie sind relativ leise. Sie sind nicht die Lautsprecherinnen und Lautsprecher. Und damit kann der Eindruck entstehen, dass man über sie hinweg regieren könnte. Ich würde es nicht empfehlen, übrigens uns allen nicht. Denn was sich auch abzeichnet ist, dass die Menschen zunehmend das Vertrauen in Politik verlieren. Übrigens in alle politischen Parteien. Und das sollte uns alle umtreiben. Es gibt jetzt in der Union die Idee, über das Heizungsgesetz eine Art Volksabstimmung zu veranstalten, eine Unterschriftensammlung oder sowas. Ist das eine gute Idee? Aus meiner Sicht braucht es eines Ventils und es braucht eines Signals an die Ampel. Also das Ventil ist, dass wir wirklich so viele Betroffene haben durch dieses Verbotsgesetz, die in ganz großer Sorge sind. Und zwar auch nachvollziehbar. Also ich war letzte Woche bei meinen Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken, so wie das bei uns auf dem Land noch üblich ist. Wie einen erzählen, wir haben jetzt erstmal unser Bewertungsportfolio angepasst. Das heißt, die Beleihungsfähigkeit von Immobilien korrigiert nach unten. Wenn es sich nämlich um eine Immobilie handelt, die so in den 70er, 80er Jahren oder vorher gebaut worden ist, ist sie nicht mehr so viel wert. Das heißt, wir haben eine unmittelbare Entwertung. Die Nächsten sagen, wir haben unseren Rahmen an Kredit nochmal angepasst, nochmal nach unten korrigiert, weil wir keine Kredite mehr vergeben können, weil die entsprechenden Voraussetzungen auch nicht gegeben sind. Das ist die Realität, mit der wir entsprechend zu tun haben. Und das erschließt sich zunehmend den Menschen. Sie wissen, sie werden unmittelbar betroffen. Bei den einen wird das Lebenswerk zerstört. Denn für viele Menschen ist das Haus die Altersvorsorge. Und diese Altersvorsorge wird jetzt angegriffen. Und bei den anderen wird der Traum vom Eigenheim zerstört. Das heißt, es gibt nahezu niemanden, der nicht unmittelbar betroffen ist oder letztlich drittens als Mieter, Mieterin, die natürlich irgendwann auch in umgewälzten Kosten sitzen werden, wenn sie überhaupt noch eine Wohnung finden. Denn eigentlich müsste der Impuls ja sein, Wohnung zu bauen. Das wird aber inzwischen auch unattraktiv. Und das heißt, diese Menschen müssen die Möglichkeit haben, laut werden zu können, ohne jetzt gleich eine gelbe Weste überzuziehen. Das heißt, Protest muss kanalisiert werden, aber so, dass die Ampel dann auch den Weckruf erhält. Hier sind aber Zehntausende, vielleicht Hunderttausende an Menschen, die euch jetzt sagen, jetzt ist Schluss, jetzt hört auf, jetzt kommt zur Einsicht und dreht um. Aber wir sind gespannt, ob die Einsicht eintritt. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Absolut, absolut. Wir haben vor einiger Zeit gesehen, der Kanzler beim Bürgerdialog hatte so ein seltsames Kichern im Angesicht eines Bäckers, der eben sagte, ja, er habe gerade einen neuen Backofen gekauft, der mit Gas betrieben würde. Und das wirkte etwas unärmst. Wir haben hier nochmal einen anderen Ausschnitt von einem Bürgerdialog mit dem Kanzler. Wir schauen mal rein. Meine Frage ist jetzt, was plant die Bundesregierung, um diesen Kaufkraftverlust für die Rentner entsprechend auszugleichen? Zum Beispiel gab es ja jetzt bei den Gewerkschaften eine steuerfreie Einmalzahlung von 3.000 Euro. Gibt es etwas Ähnliches von Ihnen? Naja, rechnet Sie mal die Zahl der Millionen Rentner mal 3.000 Euro, dann setzen Sie sich ganz langsam hin. Oder besser, Sie machen das, bevor Sie gerechnet haben, dass Sie sich schon hinsetzen. Das ist eine ziemliche Summe Geld. Im Übrigen finde ich völlig gut, dass Sie das fragen. Ich habe neulich bei einem großen Betrieb mit Auszubildenden gesprochen. Da fragte mich eine 20-Jährige, wie es mit der Rente ist. Nachdem ich mich davon erholt hatte, habe ich eine Antwort gegeben. Und wir machen direkt weiter. Ja, offensichtlich sind Rentensorgen der Bürger eine ganz spaßige Angelegenheit für Olaf Scholz. Der Eindruck kann entstehen. Oder ist es Unsicherheit? Um jetzt nicht nur etwas Negatives zu bemühen. Olaf Scholz ist selbst Arbeits- und Sozialminister gewesen. Auf Bundesebene. Das heißt, Olaf Scholz müsste besser als jeder andere wissen, dass die Zukunft der Rente mit der Frage auch verbunden ist, wie reagieren wir als Politik und welche Weichen werden wir zukünftig stellen. Das weiß er auch als früher Finanzminister. Der Zuschuss in die Rentenversicherung beträgt schon heute über 110 Milliarden Euro. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Rente tatsächlich sicher ist, ist nicht nur ein politisches Interesse, sondern es ist ein Grundanliegen, eine Grundsorge von Menschen, egal ob sie 20 sind oder ob sie 60 sind. Denn sie müssen sich darauf verlassen können. Und von daher denke ich, dass das Gekichere seiner Unsicherheit geschuldet ist. Aber das ist nicht wirklich hoffnungsgebend. Denn eigentlich sollte ein Kanzler an einer solchen Stelle nicht unsicher sein, sondern mit klaren Antworten, vielleicht auch unbequemen Antworten aufwarten können. Haben wir diese Szenen gesehen? Wir haben das Heizungsgesetz, was wirklich massiv in die individuelle Lebensführung eingreift. Wir haben eben auch solche Ernährungspläne von Tim Özdemir auf dem politischen Programm. Können Sie verstehen, dass die Leute sagen, die Politik entkoppelt sich immer mehr von unserem Alltag? Ja. Sie nennen sich selbst Bauernkind in Ihrem Status auf Twitter. Wie geht es den Bauern in Deutschland? Da brauche ich nur meinen Bruder zu fragen, der unseren Hof nach wie vor bewirtschaftet. Er macht Erdbeeren und Spargel und Getreide und konkurriert mit einem Mindestlohn. Er zahlt 12 Euro mit einem Mindestlohn in Polen, der bei knapp unter 5 liegt. Er ist also kaum mehr wettbewerbsfähig. Und das in einem Markt, wo es eine Kauf-Zurückhaltung gibt infolge von Inflation. Denn wir haben ja diesen Geldfraß in die Geldbeutel und in die Rücklagen hinein. Und die Antwort ist dann nur die Antwort von Hubertus Heil, wir erhöhen den Mindestlohn. Ich sehe seine Fassungslosigkeit in jedem Gespräch. Und ich sehe die Fassungslosigkeit und erlebe sie ja auch von Landwirtinnen und Landwirten, die sagen, also wir produzieren in Deutschland nach weltweit höchsten Standards. Und uns wird immer mehr abverlangt, was am Ende dazu führt, dass wir unsere Produktion nicht mehr durchführen können. Und wir sehen uns zum Teil diskriminiert, übrigens auch mit entsprechender politischer Begleitung. Da sind viele, viele Menschen, die glauben, es besser zu wissen als wir. Und dann kommen noch Menschen wie Cem Özdemir mit seinem gesamten Entourage, die wahrscheinlich noch nie etwas angepflanzt haben, mit Ausnahme von Hanf. Aber sie wollen uns erzählen, wie Getreideanbau geht. Und das ist schon bemerkswert. Haben Sie mit Özdemir mal über die Agrarwende gesprochen? Also der Einplan besteht ja unter anderem darin, Fleisch möglicherweise mit einer höheren Mehrwertsteuer zu belegen und Obst- und Gemüse, Hülsenfrüchte mit einer niedrigen. Da würde Ihr Bruder davon profitieren. Mein Bruder würde ja davon profitieren, aber es geht nicht darum, dass mein Bruder profitiert, sondern es geht am Ende auch um die Sicherstellung der Ernährung in Deutschland. Wir können natürlich auf Importe setzen. Wie gut das funktioniert, hat Corona gezeigt. Dann gehen irgendwann Grenzen zu, die Lieferketten sind gestört. Und dann denkst du dir, oh, wo kriege ich jetzt eigentlich mein Grundnahrungsmittel? Sowas mit Reis oder vielleicht Kartoffeln haben wir ja noch. Noch? Wie ist das mit Getreide? Also ich würde uns dringend empfehlen, das Thema der Ernährungssicherung in den Mittelpunkt zu stellen. Und dazu gehört übrigens dann auch die Feststellung, dass es dazu Fläche braucht. Übrigens vorneweg Biobauern, die brauchen ein Mehrfaches an Fläche, um denselben Erzeugnisse zu haben, aber eben auch der traditionell konventionell agierende Landwirt. Und dass es ein Wahnsinn dem Grunde nach ist, hier zu Stilllegungen zu kommen von Fläche, die wir zwingend brauchen. Und dafür nehmen wir uns dann Getreide und Reis und Kartoffeln aus einem globalen Korb, der ohnehin nicht ausreichend bestückt ist. Das heißt, die Pläne von Cem Özdemir müssen bezahlt werden. Das tun unsere Landwirtinnen und Landwirte. Das tun aber am Ende auch Menschen in Ländern, die um jedes Korn kämpfen müssen. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf die Union werfen. Sie haben ja Friedrich Merz unterstützt in seiner Kandidatur. Nach der Wahl zum Parteichef gab es ein paar Stimmen in der Union, die eher enttäuscht waren. Da gab es die Frauenquote. Und er hat sich doch zurückhaltender geäußert. Nicht so markig wie vorher im Wahlkampf. Sind Sie enttäuscht von Friedrich Merz? Nein, ich bin nicht von Friedrich Merz enttäuscht. Sondern für mich ist Friedrich Merz tatsächlich die Hoffnung auch für die CDU. Denn er hat tatsächlich verstanden, dass wir zunächst, wir müssen wieder erkennen, für was wir eigentlich stehen. Wir sind im Oktober 2021 nicht mehr gewählt worden, weil die Menschen nicht mehr wussten, was ist eigentlich CDU, für was steht sie. Wir waren nicht klar, wir hatten eine schlechte Kommunikation. Über den Kandidaten will ich nicht reden. Uns wurde die Kompetenz abgesprochen. Und ehrlicherweise wussten Mitglieder von uns nicht mehr, für was wir stehen. Und Friedrich Merz, der ja der erste direkt sozusagen von den Mitgliedern gewählte Vorsitzende der Partei ist, hat einen Grundsatzprogrammprozess aufgestellt, geleitet von Carsten Lindemann, meinem Vorgänger bei der MIT. Und wir stellen fest, für was soll die CDU auch zukünftig stehen. Und das sind zum Teil sehr schmerzhafte auch Diskussionen. Aber was mich unfassbar auch erleichtert hat, ist die Tatsache, dass die Mitgliederumfrage, die wir durchgeführt haben, gesagt haben, nach wie vor will ein CDU-Mitglied kein Wohlfahrtsstaat. Er will keinen Staat, der sich ständig einmischt. Sondern er steht nach wie vor auch zu Prinzipien wie Freiheit und Verantwortung. Und dafür steht Friedrich Merz. Und deswegen bin ich froh, dass wir ihn haben. Und das aus ganzem Herzen. Sie hätten also mit einem Kanzlerkandidaten, Henrik Wüst zum Beispiel, ein Problem? Die Frage stellt sich nicht, also derzeit sowieso zeitlich nicht. Denn wir haben ein Verfahren abgestimmt mit der CSU zusammen, dass wir uns im Sommer nächsten Jahres über die Frage der Kanzlerkandidatur verständigen werden. Und das finde ich auch sehr gut. Denn eines der Grunddilemma, die wir hatten, auch im letzten Wahlkampf, war ein ungeregeltes Verfahren. Zur Unzeit immer wieder Vorschläge. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es gut, bei dem Verfahren zu bleiben. Aber ich sehe, dass wir mit Friedrich Merz einen tollen Kandidaten hätten. Da wollte ich gerade nachfragen, ob dann für Sie die Kanzlerfrage, die Kandidaturfrage bis zum nächsten Sommer eigentlich offen bleibt. Oder ob Sie eigentlich schon entschieden sind für Friedrich Merz? Also ich habe meine persönliche Priorität. Aber wir werden dieses Verfahren öffnen. Und vielleicht werden wir dann ja auch eine Quote machen. Könnte ja auch sein. Ah, eine Kanzlerkandidatin. Nein, das war jetzt ein Scherz. Also ich bin erklärterweise keine Anhängerin von Quoten, auch nicht von Proporzen. Ich glaube, dass es uns gut tut, einzig und allein auf Qualität zu setzen und nicht auf Herkünfte, Geschlechte etc. Glauben Sie Markus Söder, dass er kein Interesse mehr an der Kanzlerkandidatur hat? Ich glaube, Markus Söder. Gut. Wie könnte ich ihm nicht glauben? Selbstverständlich. Also wir alle tun das. Also wieso fragen Sie dann? Herr Schuller. Ich glaube, wir kommen jetzt auf sehr rutschiges Terrain. Wir wollten eigentlich ursprünglich noch ein Stück länger über Ihre Funktion als Chefin der deutsch-israelischen Gesellschaft sprechen. Das würden wir vielleicht aus Längengründen mal ausblenden. Aber interessant fände ich schon die Performance der Außenministerin, die ja auch mit Israel und der Justizreform etwas fremdelt, die auch dem Justizminister nahegelebt hat, nicht nach Israel zu reisen. Und nun hat der Philosoph Richard David Precht unlängst mal gesagt, was er von der Performance der Außenministerin hält. Da können wir mal reinhören. Dass jemand mit so diesem moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind. Ja. Das hat er mit Blick auf China gesagt. Kamen automatisch Machismo-Vorwürfe, Sexismus-Vorwürfe. Würden Sie seine Kritik in der Sache teilen? Ich teile seine Kritik und seine Beschreibung zu 100 Prozent. Ja, es entsteht nicht nur der Eindruck, sondern die Außenministerin agiert tatsächlich wie eine Klassensprecherin. Einsasschülerin, die dann versucht, dem Rest der Welt zu erklären, wie Moral geht, wie Werte gehen, wie Wirtschaft geht, wie Klima geht. Das allerdings im eigenen Land gar nicht bewerkstelligt. Die Außenministerin baut ja auch das Außenministerium vielleicht ähnlich analog zu Habeck zur Bastion für feministische Außenpolitik um. Hat dann Beauftragten installiert und es wird auch ein feministischer Reflex bei den Mitarbeitern vorausgesetzt, von dem ich nicht genau weiß, wie man ihn prüft. Sie sind ja auch keine Frau. Es sei denn, Sie wollen jetzt Ihr Geschlecht wandeln? Ich bin da noch etwas unentschieden, aber ich habe ja viele Möglichkeiten, wenn das Selbstbestimmungsgesetz durchgeht. Das würden wir heute jetzt nicht diskutieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie da waren. Und zum Schluss... Bestatten Sie mir eine Bemerkung noch, weil das Thema feministische Außenpolitik mich insoweit umtreibt, als ich mir wünschen würde, dass aus großen Überschriften konkrete Taten werden. Ich rede immer wieder mit Iranerinnen und Iranern, deren Frauen, deren Mütter, deren Töchter inhaftiert werden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass Frau Baerbock anfängt, alleine in der EU dafür zu sorgen, dass dieses Terrorregime im Iran auch mal auf die Terrorliste der EU gesetzt wird. Und das wäre feministische Außenpolitik, die wirklich einen Wert hätte. Das klang jetzt schon fast nach einem Schlusswort. Trotzdem habe ich noch eine Frage, die ich in Ihrer Biografie gesehen habe. Sie bezeichnen sich als Schuhliebhaberin. Das ist ein Thema, was mich auf dem völlig falschen Fuß erwischt, um mal dieses platte Wortspiel zu benutzen. Wie äußert sich das denn? Gibt es Suchterscheinungen, Betreten eines Schuhladens mit leuchtenden Augen? Wie äußert sich Ihre Schuhliebhaberschaft? Also Schuhe sind, ja wie soll ich sagen, es ist, Schuhe machen mich durchaus glücklich. Gibt einer Frau Schuhe und sie fühlt sich wie eine Prinzessin. Das passt jetzt nicht ganz zu meinen Schuhen. Ich bin da offen, aber sie sind wenigstens rosa. Ich würde sagen Tonschuh. Ja, eindeutig Turnschuh, man kann auch Sneaker sagen im Neudeutschen. Aber gibt es eine Botschaft, die ich jetzt übersehe an diesen Schuhen? Also nicht, dass ich jetzt die Rosa-Luxemburg-Stiftung vertreten würde, keineswegs. Sondern es zeigt die Vielfalt dessen, was man mit Schuhen zum Ausdruck bringen kann. Und ich habe einfach durch eine Lehre als Schuhverkäuferin nach dem Abitur einen Riesenrespekt vor denjenigen, die jeden Tag, egal ob in einem Schuhgeschäft, in einem Lebensmittelgeschäft oder in einem Eisenwarengeschäft, mit großer Sachkunde Menschen begleiten und beraten. Auch bei wunderschönen Produkten wie Schuhen. Und ich kann Ihnen nur sagen, Sie machen glücklich, Herr Schuler. Ich werde es in meinem Herzen bewegen. Haben Sie vielen Dank. Das war Schuler-Fragen-Was-Ist mit der Chefin der Mittelstandsunion, Gitta Connemann, die über die Perspektiven der deutschen Wirtschaft gesprochen hat, über die Vetternwirtschaft im Hause Robert Habeck und über den ganz speziellen Charme von Schuhen. Haben Sie vielen Dank. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Herr Schuler.